Was macht er jetzt? Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Jetzt ballert der. Ahhhh! Nee, bei 30% das lohnt sich noch nicht so ganz, glaub ich. Ich hab jetzt schon ein paar mal bei 30 angeboten, aber... Geheilt, aber... Ah! Okay, bevor ich ganz sterbe... Ahhhh! Na gut, jetzt lohnt sich das wohl. Ich hab ihn grad mal auf 40% runter. Wie fühlt er sich jetzt denn? Was ist das? Ach so. Alter! 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 Geheilt, die necesario ist ganz sicher. Also mein Ah. Hab ich wieder komplett... Hab ich wieder komplett das Medi-Pack für die Ballad, ey. Ah. Aber irgendwie hab ich noch genug von denen. Ah. Ich habe schon... Ich bin mir noch nicht genug von der Klinge. Das letzte Viertel Ja, noch 20% Ja, noch 15% 10% Ja, noch 15% 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 Ah, dem kann man auch nicht ausweichen, oder wie? Ja, noch 15% 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 Jo Jetzt holt er dieses Diesen Weiß ich nicht Monolithen? Monument? Ist das ein Uhrenturm? Ne, ne, ne Ne Jetzt 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 Ripper Jetzt 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 Hä? Das Mal habe ich ganz sicher gedrückt, aber vielleicht zu früh, vielleicht zu spät Ja Nochmal Jetzt 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 Noch ein Versuch Noch ein Versuch Irgendwie Will ich es nicht so ganz Danksam Ich holte mich ein bisschen aus dem Spielfluss raus, wenn man Quicktime Sequenzen hier hat, die die wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich an mir so, dass es nicht so klappt, wie es sollte, aber Aye Jeder K Genau hat Er Du Bild Apple Sie Jack hj hat zugeschlagen He J Entrauch Oder sterben! Keine Angst! Es ist nur die Natur, um seine Kurs zu gehen! Deine Worte! Und hier! Nein! Ich habe einen... ... zu dir! Sicher, dass der Sonne aufstehen wird! Die Slaughter wird weitergehen. Jetzt, ich zurück zur Erde. Die Wind blöde, die Reine fallen. Die Kraft, die Reine auf der Wege, ist, wie es sein sollte. Okay. Jetzt haben wir irgendwas freigeschaltet. Noch ein Anruf. Ciao. Ja, das war wohl wieder so ein Kapitel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Kapitel R03. Was? 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 Was?